ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Was Kinzi spielt mit Karika? Das wird geil! Yeah! Ich werd Kinzi und Karika spektaten und diesen Robby Jungs Robby ist besser Jungs ich hab dir ne Ansage gemacht Ey Robby wird einfach nur rasiert Ey guck mal der Ace Commander der macht schon die Ansagen Ich seh das doch schon, guck mal Ja jetzt kommt die Knife, jetzt kommt die Knife Rob Oh mein Gott Ich guck Ey wem soll ich zugucken? Ja also ganz ehrlich ich glaub ich mach hier erstmal die Overview Warte mal Robby Warte mal wo's Robby 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 geht rein Oh Robby ist hyped Hyped Ja Ace Commander geht down Oh da wurde Seba und Kinzi haben richtig Reingefickt Robby ist down Ich muss erstmal die Teams inspitieren Oh warte warte Haben die jetzt nen Change gemacht? Gibt's hier auch so nen Auto Spektate So Leute ey ganz ehrlich Hallo gibt's nen Auto Spektate Ey pass auf guckt jetzt erstmal Kinzi an Pass auf guckt der Kinzi an Obst du Kinzi zu? Ja 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 Da kommt alle Kinzi zu Erstmal schön offen stehen Oh mein Gott das wird der B-Rush Es wird der harte B-Rush Ja ja Cadica hat gesuckt Nix neues Leoball 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 Warte ich muss mal grad gucken wer ist n Kingbowl hier Ist die Nummer 3 Oh Der beste Mord ist Ace Commander Fenty Ja Weil bull Weil bull hat erstmal perfektes Aim Oh Gott Oh Seba Seba hat aber ordentlich disrespekte oder? 3 Fricks Kennst du dieses Guck diesen Smiley mit den 2 Armen Die schreiben so alle Mods Take my energy Wie nice ist das? Der Kerika Der Kerika Welche Taste ist Robby? Kerika ist Taste 4 dem guck ich jetzt auch mal safe zu Robby ist Taste 9 Kerika ist schon mal B-Spieler Die werden jetzt noch mal safe n B-Rush machen Guck mal die stehen schon mal für B Oh ja oh Kerika Jetzt ist Time to shine 4 4 4 4 Guck jetzt Kerika zu Jetzt wird's hart wieder für Kerika Oh oh Das wird für Kinggul ne Aktion Kinggul wird hart Oh mein Gott Kinggul Der hat die echt beide angehittet Jetzt Kinsey was macht Kinsey Boah Kinsey macht Kinsey macht da safe hart Oh Es kommt aber vier zu schreien Kerika geht down Ja der Hox It's time to shine mein Freund Boah Gute Flash Guck mal wie Hox ein Huuu Und den ersten Durch die Wand Schieß ihn doch ab mate Das wird ein sexy 101 Der ist Tau Der ist Tau Der Hox As it was nothing Der ist einfach nur Tau Oh jetzt wird hier schön reingeballt Außer von Hox Der spielt immer nur mit 94 Der gibt einfach einen Fuck der Junge Aber wir haben aber keinen AWP Spieler Ey ich guck jetzt erstmal Kinggul zu was dann haben Oh die werden A gehen Oh oh Guck Kinsey zu Guck Kinsey zu Jetzt wirds echt spannend Boah Kinggul mit der Start Ja ok Kinsey Oh die verschieben alle über Mitte Für Kinggul wirds jetzt stressig Robby für Kinggul 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 Oh Einen Hit schonmal Oh mein Gott Robby Oh Double Fail Oh Oh Der Kinggul der kann halt Kinggul mal zu gucken alter Oh der screened mit Oh der macht hart glaub ich Ich glaub der wird noch so hart machen gleich Die müssten sich leihen damit ich nen Triple hab Oh Kinsey Oh Kinsey macht den noch nach oben Oh Kurz ist off der Seba Ne der geht wieder weg Oh Kettika Oh Kettika it's time to shine Oh oh Links Kettika Oh oh Links Kettika Der Warburg geht ganz alleine hier Oh ja das geht auf dem Modden der Valvul Äh der Kettika links Der Valvul mit so HP Ne äh der Kinggul Ja ich glaub der Valvul ist ein bisschen hyped hier vor Cutters Oh jetzt wirds echt spannend Oh jetzt wirds gesandwiched Ja Keine Chance Valvul keine Chance Die raffens nicht Ne ich glaub die raffens halt nicht Die raffens halt nicht Die Die haben jetzt Ja Läu Kettika hat richtig Oh mein Gott Kettika Also Kettika hat sehr schlecht spektiert Ich glaub er stand hier und hat den Valvul halt überhaupt nicht gecheckt Also sehr unauffällig hier wie Valvul da ist Valvul hat die Map aber schon gezockt man Was ist das für ne krasse Pose Jaja Jaja Absolute Konter Pose Lächerlich Also absoluter Safe Spot Jaja 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 Oh das sieht wieder B-lastig aus Jaja 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 Das wird eine Mitte oder B-Go Jaja 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 Das wird auch ein Duty. Aufteilung von den Terrors, hier dieses Kreuzfeuer, sieht man hier, einfach Cutters unter die Lupe nehmen. Hier bei Kerika, guck mal bei Kerika. Guck mal bei Kerika. Guck mal die Position an, der Aim Cutters, guck mal Robby ist so krass, der Aim Cutters, Obwohl da einer steht, ne? Wenn sein Mate hier steht, das ist Robby, die Robbe, meine Damen und Herren. Robby, die Robbe hat auf jeden Fall den Kühlfokus. Oh, 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 it's time to shine for Kerika. Kerika! Ja, ja, ja! Immer weiter, immer weiter. Oh, jetzt wird er nervös. Das wird sein erster 4K in seinem Leben. Oh mein Gott. Er holt dich gut denn? Das dauert mich nicht. Oh, Kerika! Oh, Kerika, aufgeregt. Es war time to shine. Aber, Junge, Robby, die Robbe hat halt echt fullen Fokus. Robby, die Robbe, können wir da eigentlich Platz setzen, ob er einen Frack macht? Das wäre schon mal ein Highlight, ne, Robby, die Robbe mit einem krassen Frack. Am besten gegen Kinsey oder so. Das würde ich halt mal feiern. Er hat auf jeden Fall ne... Komm, komm, das waren die Ecos. Kinggold versuchts über Mitte mit der AK. Der Walbull fährst da eh gleich mit, dann kann er den... Walbull platziert gleich. Oh ja, Kinggold, sehr schönes Get-Wide-Spray-Control. Oh, Robby! Ah, da war er jetzt. Seba. Frack 1. Ja, da geht... Goal-Hit. Oh, der Seba spielt aber schon ordentlich. Die ersten fragen, warum das Match nicht auf Goal-Launch ist. Ja, da hätte man echt safe setzen können. Oder stell dir mal vor, auf Vulcan machst du einfach mal so den Shot-Caller, machst du einfach mal den Robby, Alter. 100%ige Headshot-Quote. Oh, aber... Oh, aber... Der Kerika kommt von hinten. Der Kerika kommt von hinten. Der Kerika ist halt low. Was? Er nimmt die AWP nicht mit? Er hat es besudelt. Hätte doch Kinggold droppen können. Ja, ja. Kann ich nicht feiern. Kann ich echt nicht feiern. Der Kerika hat die AWP liegen lassen, Mann. Wäre doch für Kinggold... Wäre das doch echt ne leckere Sache gewesen, gerade. Seit wann haben die jetzt eigentlich... Oh, jetzt... Haben die jetzt Doppel-Deckung B? Aber Gappi muss die Kerika... Bauen Riss im A auf. Kinzi, Kinzi hast du bei Kinzi? Was, bei Kinzi? Ja, mit AWP. Auf geht's Gappi. Oh, ja, oh, ja. Kinzi geht auch. Gappi ist hyped. Gappi ist hyped. Wo seid ihr? Ja, bei Kinzi drauf. Der wird das gleich verkacken. Ja, das sieht schlecht aus, Kinzi. Ja, das sieht schlecht aus. Oh, ja. Oh, 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 oh. Robby gegen Kinzi. Das ist ein Match. Oh, lol. Das war knapp. Boah. Und, und, Kinzi play down. Ne, ne, ne. Oh, der holt ihn, der holt ihn. Was? Der hat es über... Ah, zwei HP. Gappi hat zwei HP. Gappi hat zwei HP. Oh mein Gott, Alter. Wer ist Robby? Robby ist die 9. Ne, die 8. Die 9. Aber der Sebo holt jetzt. Der Sebo holt jetzt. Der Sebo holt jetzt. Der Sebo holt jetzt. Robby gegen Kinzi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Der Sebo macht den Jump. Sebo moved ihn aus. Jetzt kommt ein Popflash. Boah, Sebo mit der Popflash. Oh, beide. Oh, und Seba fickt sie. Oh, oh, oh. Oh, der holt er sich. Aber Seba cheatet halt auch, Mann. Wieso benutzt man denn Flashes? Ja, aber Seba spielt das halt echt gut runter hier. Ich darf halt aber gegen Robby keine Flash benutzen. Das ist halt, ob ich... Als ob du jemanden die Arme abschneidest. Maus 4 trückst. Ja. Das ist halt so, als ob du Sandro die Arme abschneidest und dann gegen den 1-on-1 machst. Wo geht's hinten? Da fangen schon die ersten Flames an. Von Goobies Reap. Oh Mann. Ah, Kingo mit AWP. Oh, das wird safe lang. Was? Uh, Leo. So, pass auf, jetzt bei Kinsey wird's spannend. Oh, den hat er gehittet. Oh, 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 oh. Oh, das wird krass. Das wird krass. Das wird krass. Ich hab hier... Ich mach hier richtig krassen Kamerafahrten, Mate. Da machst du nix. Nix drauf. Oh Gott. Oh, ich glaub ich muss doch... Ich muss Kinsey doch zugucken. Das wird ein bisschen krasser. Bobby hat eine gute Flash geworfen. Bobby macht noch eine Flash. Oh, Kinsey ist Hype. Kinsey... Das wird noch ein Double. Das wird noch ein Double von... Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt will er noch den One-Click. Er lässt ihn voll reinlaufen. Na ja, drück mal aus 4. Also, er weiß schon mal, dass er am Blue ist. Das ist safe. Oh! Oh mein Gott. Das gibt... Heil Kinsey in den Chat. Das war krass. Das war krass. Kinsey ist krass. Kinsey ist ab sofort krass. 10-4. 10-4. 10-4. Mach ein Team auf mit Kinsey. Was sind die Stats? 10-3-4. Das ist krass, Mann. Ich hab nur 12,25. Ich glaub, meine Mops sollten mal Post bekommen mit dem USB-Stick demnächst. Oh, ich glaub, das wird... Oh, das wird B bei Kerika. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird hart. Das wird hart. Kerika, mach es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Kerika. Oh mein Gott. Das war süß. Aber einer hat Hox abgestaubt. Oh mein Gott. Kerika. Kerika. Der hat grad ne Awe gehabt, der hat den Quattro gemacht. Alter, die sind alle so low. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Mann. Der hat einfach nur den Quattro gemacht. Ja. Das war halt safe, nice gespielt. Safe, nice gemacht von diesem Kerika. Bester Mod. Der hätte halt alle einen Erhalt von einer Millisekunde down. Es geht wieder Richtung B. Das hat... Oh Kerika geht auf. Guck mal, er will mehr. Er ist greedy. Oh. Ace Commander fickt er. Ace Commander wird gefickt von Kerika. Ja. Wird gefickt. Oh, Robby, die Robbe. Robby, die Robbe riecht. Das wird... Robby ganz depp. Robby. Robby hat ihn. Ich mach voll Fokus auf Robby. Full Fokus auf Robby. Ich bin auch Robby, mate. Heißt das Crosshair Placement hier von Robby? Ja! Oh, Kerika hat ihn gefickt. Kerika hat ihm den Schuh gegeben. Kerika lag den rein in den Jump. Junge, aber Robby hatte echt... Kann ich... Kann ich Tobi einen wechseln für Walbull? Ich möchte gerne... Ich möchte gerne einen Wechsel vornehmen bei meinen Mods. Hallo. Der Walbull, warum? Der hat das doch gesagt. Der ist doch sogar der Beste da. Ja, aber Walbull zieht die Moral runter. Das ist halt so ein Diktator. Der Robby muss sich aber halt safe anstrengen, Mann. Was ist eigentlich mit Gabi? Gabi los, Mann? Der Robby ist doch für die Moral. Der Kerika stragt einfach durch. Jaja, Kerika will hier auf jeden Fall noch einen Frack machen. Guck mal, der Frack! Guck mal, Kerika gibt keinen Motherfuck! Jaja. Aber der Gabi hat aber ordentlich... Walbull kommt durch die Mitte. Oh, das wird spannend, das wird spannend. Jetzt wird... Wenn Walbull den Frack nicht macht... Hox geht halt safe down. Robby, Robby will das hier bleiben. Hox holt das... Na doch, Walbull hat das. Oh, Silverswald. Ja, aber Walbull ist jetzt in Mono und 3, mate. Ja, Walbull ist halt hier gut angefragt. Oh, der macht das, der macht das im Laufen. Headshot. Das war immer als ein Headshot. Ja, das ist halt das Commander Tag, ne? Kannst du halt auch im Laufen geben. Den hätte er halt nie gemacht ohne das Tag. Könnt ihr das eigentlich lesen? Ja, das Tag ist gar nicht drin. Ja, Facts. Nur gab ja das Tag drin. 3 zu 10. Eieieiei. Kerikas Topfrager, ne? Stimmt, East Commander hat es gar nicht drin, ne? Aber er ist halt East Commander. Wie lange geht die Transferperiode denn noch? Oh, das war wieder B. Das war wieder B. Kerika. Oh, das sieht nach B. Nein, nein, nein. Mit... Nein, nein, nein. Mit... Kerika sprit wieder einfach. Mit... 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 Ja, ja. Ist ja das. Robby die Robbe wird kassieren wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Hawks. Robby, Robby, Robby. Mach den Frag. Also Hawks ist halt safe. Get right. Robby macht den Frag doch nicht. Aber Robby... Oh, Leobor! Oh, Hawks! Bitte! Er macht das real. Robby und Leobor, also... Robby hat... Ich wette nach dem Match, Robby hat 20 Knives im Inventory, ne? Das wird halt... Aber das Ding ist halt, Spendigst Mods sind halt noch unter Robby, ne? Warte mal, wer ist hier eigentlich ganz oben? Warte mal. Ey, meine Mods machen ihre Sache gut. Guck mal, Kerika, Kinziseba... Hawks, alles... Das linke Team ist ja voll... Ja, das tte Team ist halt meine Mods. Die sind halt krass. Die sind halt einfach krass. Guck mal, Hawks gibt keinen Motherfuck. Guck mal, guck mal, Alter, schreit lieber. Der Bottom-Fragger wird unmodded. Der Bottom-Fragger wird unmodded? Ja, das können wir machen. Also bei mir wird schon mal keiner unmodded. Das wird halt, äh... Bei Spendig wird's halt... War alles bei Spendig? Ja, Spendig! Du sollst dir immer neue Mods suchen. Guck mal! Das Ding ist so, ich guck Hawks zu. Er gibt keinen Motherfuck, yo. Der ist halt... Nicht umsonst Mod des Monats mal gewesen bei mir. Lass uns mal Hawks watchen. Aber der hat so'n... Wie viel DPI hat der eigentlich? 10 Millionen? Guck dir das mal an! Ich guck jetzt erstmal Kinzise zu. Das wird halt... Warte mal, wird das ne Story nach A? Oh, die splitten sich. Das... Das... Die Team Moral ist schon mal down. Oder die... Die splitten, äh... Aber trotzdem 3 gehen sich um B. Oh, der Wal-Bull wird's halt kassieren vom Kinzise. Guck mal Hawks rush gleich. Oh, geile Pop-Flash! Haha! Oh mein Gott Kinzise. Das gibt an Mod. Warte mal... Oh, Kingul hat ne krasse Pose hier. Robby... Robby hört Schüsse. Wo ist Wal... Oh Gott Wal... Das ist Robby. Ja, aber Kingul... Da machst du halt nix was er macht. Jetzt kommt die Pop-Flash von... Oh, die machen B-Split. Die machen B-Split. Oh ja, Hawks ist aber im Start. Oder? Gute... Gute Pose von Hawks hier an der Stelle. Das wird's. Das wird's. Das wird's. Nee, nee. Der gehört... Hockey fickt ihn. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Robby hat die Bombe! Robby hat die Bombe, Team! Oh! 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 So greedy hier... Der guppy oder was? Oh! Oh! Nicer Shot! Nicer Shot! Leobor pusht... Jetzt machen die machen halt aber aber meine mods sind halt dafür bekannt eine starke cd-seite zu spielen Kann ich kann ich wenigstens tobi bei dir ja, aber ich muss karika lobe an dieser stelle leute guckt ihn euch an das ist karika Kann ich gar nicht tobi zu den reinmuchen dass er dann so den den dings macht den coach team coach, ja Oh das ist halt eine gefährliche aktion wenn solche zuschauen Kinzi gegen guppi Ja ne Kinzi geht down oder nein fast man aber Kingo holt ihn oder Ja Ich bin halt absolut gerade für city team Ja wir haben doch noch hocks im petto Ja er hört die selbst er hat die steps safe Komm hocks macht den get right move einfach durch die smoke bitch Die geht wieder Die geht wieder T-sided auf jeden fall Die geht wieder für den terror Mal gucken ob hocks müsste das mal langsam raffen Hocks rafft gar nichts Hocks rafft gar nichts man Hocks ist beschäftigt die map abzuchecken was hier abgeht Oh 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 alter Ja das wird aber jetzt schwierig für hocks sein Ist halt schon im pit mit AWP dann gleich Der leobor Oh gutes smoke hier Schatten ist noch ein comeback mate Oh 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 mein gott Also wenn das also wenn der das holt dann Ey wenn der das holt dann muss ich leider den server lieben Leobor leobor mit AWP Ich guck mir das jetzt an Von leobest Er zieht halt echt durch Er zieht durch Hocks bester mod Oh mein gott leobor Aber warum hat er dich da nicht gepiekt War doch für lang gelegt Also keine Kommunikation im terror team Das gibt nochmal nachgespräch bei den jungs Alter alter Also das ist die kommunikation komplett broke man Muss noch angesagt werden Wer muss es jetzt richten Aber ich glaube der guppy ist gerade ein bisschen greedy jetzt oder Ne 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 Doch nicht Hab gedacht er gast Oh ich glaube kerika ist greedy Malboogie Oh 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 ich muss kinzi zuschauen Kinzi mit der negev Heiß Hier kerika oben drauf auf den Ja die haben schon full map control Terror ist schon durch Kingul Jetzt kommt Kingul Gapi Nein Kingul rechts du musst ihn doch raffen Gapi will zeigen auf jeden Fall Oh Ich schau jetzt Gapi zu Ja Gapi mach das noch man Gapi ist hyped Oh mein gott hocks wo ist hocks Nummer 2 Oh die machen das halt geil Die machen das halt geil Guck mal Robi hat die joker posi Guck mal was für ein geiles positioning hier von beiden Ob hier Robi mach das Pass auf jetzt Oh hocks man wie ein junger get right einfach nur Oh kurz hat er gespottet Da muss der call kommen Kerika verschiebt auch oder Oh das wird ein Sandwich style Hoffentlich sprechen sie sich ab Oh 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 kerika bitte nicht Oh So kurz und anspott man das musst du doch raffen Hocks das musst du doch raffen Mann das machst du Ah was für ein shot Ach hocks ist Hocks ist abgelenkt man Die ersten fangen schon an zu donaten und beleidigen die mods Schmeißt die Flaschen raus Achso Ich hätte natürlich auch get right ran holen können Guck dir das an Kerika ist ein junger Gott Du musst jetzt aber auf Robi gucken in der Piste Auf Robi Wo ist er wo ist er Neu Er muss halt Action schieben dann richtet er es Oh 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 kurz kurz wir kommen Front mit Hocks Oh mein Gott Leute Robi Oh ho ho Kinzi Kinzi Oh Oh Kerika Oh mein Gott der nimmt die überhaupt nicht safe ernst Ey Hocks ist ein Also es tut mir leid Hocks ist einfach ein Gott ohne Kerika Er wird über ihn rüber gefahren Geht doch 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 über den Sohn Oh oh seba seba face hier Oh einfach ein schöner Klick Oh man ey So unhalt Da muss ich wohl Ich weiß warum ich so gute mods hab Da wird wahrscheinlich Da wird noch ein bisschen Nachhilfe nötig sein Ich spiel doch mal häufiger mit deinen mods Ich spiel eigentlich übelst oft mit meinen mods Das Problem ist immer ich mach 50 Facks Da lernen die nix Ja ist halt Der Robi muss halt kacke Naja Sandro Sandro muss Ja ich stell ihm nur mods an die mich mitcarryen Zum Beispiel Kinzi mit 0,20 Oh Aber Kerika macht den Refrag oder? Komm 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 Kerika 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 ist get right 100% ist der get right Kerika spielt das noch safe runter Kerika spielt das noch safe runter Ja ja der Walbur hat er jetzt auch gleich gespottet Pass auf jetzt jetzt Der hat er nicht gesehen Komm Kerika Oh 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 der hat lo Oh 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 Kerika Oh nettes Smoke auf jeden Fall Wobei liegt sogar gut Mitte ist gedeckt Kommt sogar geil von Kerika Das war geplant Die krasse Smoke Oh da ist Hox Oh da ist Hox Sporttet er gleich die Bombe Kingball Kingball mit der Glob Holt sie immer noch Ey skrade Ey skrade Das holt aber halt auch für Skins Das war ein relativ nils Ach die kaufen noch echte Waffen Alles drinnen Also win Der Gappi Der Gappi hat den Humor noch nicht verloren Nur seine Skins Ey Dann musst du direkt mal Gappi Gappi kannst du sogar zuschauen Jetzt wird es spannend bei Gappi Bei lang Gappi Jaja bei Gappi wird es safe spannend Oh ja Der muss ein paar Clickerinos verteilen gegen Kinsey Mein Gott Kinsey hat low Kommt der Refrag Oh ja Gappi Gappi hat krasse Skins Lächerlich Mit Robi Robi hat ein Frack Ich kann mich gar nicht entscheiden Oh Seba geht hier mit Oh Uh 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 Ja der Seba ist halt auch einfach zu krass So Kinggoal fick den Robi oder Die Hälfte von den Leuten die da mitspielen Oh 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 Robi Ha Robi Alter Der hört ihn halt Oh Seba Seba zielt mit Knife Oh Gott er wird den Knife Ja das wird jetzt spannend So der letzte Frack Ob wird es ein Knife Oh Gappi hat ihn gerafft Oder Ne hat es nicht gerafft Doch 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 Nein Oh mein Gott 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 Ein abschließender toller Frack hier von Seba Oh mein Gott das war Das 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 war's Das war ein nicees Match Guck mal wie das war Naate Lul 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 Lul